Willkommen im Spar auf Deck 8. Hier erwartet Sie eine wohltuende Auszeit in Form einer entspannenden Massage oder einer Beauty-Anwendung. Vielseitig und individuell. Hallo, ich bin der Jens. Ich bin hier der Spa Manager. Wir haben verschiedene Angebote. Wir haben Massagen, Teil, Ganzkörper, die Zeiten können Sie selber wählen. Also da kann ich alles möglich machen für die Entspannung und für die Wellness hier an Bord. Ob wohltuende Massagen, einfach nur ausruhen, einen Saunagang oder der Besuch beim Friseur. Alles geht. Und wer es sportlich mag, bitteschön. Wow, und hier wird nun ordentlich gesportet. Ja, das sind alles richtig tolle ergonomische Fitnessgeräte. Und was gibt es hier nun genau? Wie groß ist das Fitnessstudio? Also es geht hier einmal rundherum mit Blick nach draußen. Gerade wenn die Sonne scheint oder draußen ein bisschen was los ist, hat man wirklich auch viel Spaß beim Trainieren, wenn man mal eine halbe Stunde auf dem Fahrrad sitzt, auf dem Laufband. Dann haben wir hinten noch die Stepper. Toll. Toll.